Das klingt hervorragend, sondern super nach diesem Schmuddelwetter und diesem Gestank. Danke, Tau, das fühlt sich schon besser an. Kein Problem. Deshalb sagt Herr Bronifatius, habt ihr eine Ahnung, warum auf einmal dieses Geschöpf so mir nichts dir nichts zum Untod im Leben erwacht ist? Er wird nicht hier gelauert haben, oder? Nein, gelauert nicht. So wie ich das schon beim letzten Mal betrachtet hatte, lag er wohl bereits hier. Vielleicht lag es an meinem Bannfluch, das Heiligen Kalid. Ihr seht den Spender, das muss ihn aufgeschreckt haben. Vielleicht ist er deswegen so ausgerastet. Und ich weiß nicht, warum die anderen sich nicht bewegen, aber ich bin zumindest sehr froh, dass sie uns verschonen. Oh, ihr müsst mir mehr über diesen Bannfluch erzählen, das klingt dünn. Ja, das werde ich tun. Und diese Würmer leben in toten Drachen, oder leben die auch in lebendigen Drachen? Sie sehen mir fast aus wie ein Bannwurm. Die gibt es sicherlich auch wohl. Seid ihr nicht jemand aus dem tiefen Süden? Ja, durchaus. Auch richtig. Da ist mir sowas noch nicht über den Weg gekommen. Und dann müsste es die Bannwürmer doch auch geben, in den Humanoiden. In Humanoiden? Ja, Bannwürmer schon, aber so einen großen. Sieht mir aus wie eine vergrößerte Variante für einen Drachen. Dann hat er auch nur diesen Ifaxius ohne Probleme weggesteckt. Muss sehr robust gewesen sein. Sehr robust. Und wenn er einem Drachen vom Innen heraus widersteht, den giftigen Säuren und dem alles zersetzenden Drachenspeichel, muss er in der Tat sehr, sehr, sehr widerstandsfähig sein. Ich glaube, Magister Iolaus und Magister Abel mir haben dazu eine Thesis im Jahr des Feuers angefertigt. Die liegt in Garret. Die müsste ich mir auch mal besorgen. Für Drachenband, Böhrmann? Ich wusste gar nicht, dass sie dazu geforscht haben. Das war auch meine Einschätzung. Ich glaube, ich las etwas in den verbotenen Archiven. Irgendetwas zu einem Drachengeist namens Vorboruch. Ihr lasst in den verbotenen Archiven. Ist das nicht verboten? Verboten ist ein sehnbarer Begriff, Travigor. In der Tat haben wir beide Zugriff auf gewisse Werke, die anderen verborgen bleiben. Das ist richtig. Das macht natürlich Sinn. Wir müssen ja wissen, was wir verfolgen und was wir ächten. Also gut, dann, ich bin gleich soweit. Dann lasst uns so schnell wie möglich aufbrechen. Ado, ihr seht wirklich nicht gesund aus. Dann ein Bier, ein Zuber und dann werden wir morgen noch einmal wiederkommen. Wir machen diese Gänge noch etwas Sorgen. Ich weiß nicht genau, was ich mit diesen Gängen anfangen kann. Gänge? Was für Gänge? Als wir das Massengrabe ausgehoben haben, hatte ich gesehen, dass irgendwie jemand das Schlachtfeld untertunnelt hat. Können wir die nicht einfach zum Einsturz bringen und das Schlachtfeld einem Schlachtfeld überlassen? Ich weiß gar nicht, wie groß die waren. Vielleicht Wühlschrat oder so etwas. Ich glaube, einige Zwerge haben davon berichtet, dass diese Gänge... Nun ja, ich weiß es nicht. Das muss ich mir morgen noch einmal besehen. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl bei der Sache, aber... Also man hat es mir wahrscheinlich nicht angesehen, aber ich hatte schon ein bisschen Angst. Und ich frage mich nur, wenn ein Wanderer hier vorbeikommt und sich nichts macht über diese Gestalten, die hier rumliegen und dann ein bisschen nachforscht oder, naja, die Leichen beklaut oder so. Nun, wenn dann sich noch mehr von denen erheben und wir nicht da sind... Ich werde gleich morgen, gleich morgen verzeihen. Wenn jemand die Leichen beklaut oder die Toten, trifft ihm doch definitiv die Strafe. Was? Wer macht denn so? Was? Wir sollten sie trotzdem beschützen, wenn wir können. Wir können ja morgen ein Schild mitnehmen und Wanderer dafür warnen, dass ein Schlachtfeld voraus ist. Sehr gute Idee. Daran hat sich bisher jeder gehalten. Das klingt gut, genau. Also gut dann. Vorsicht, Untote. Wie überall für ihre Kinder. Nun, lasst uns nicht weiter spotten. Gehen wir zurück, morgen beseitigen wir den Rest. Auf, auf. Zwei Stunden noch, dann sind wir da. Ja, so könnt ihr dieses Abenteuer abschließen und als gefeierte Helden zurück nach Hallingen kehren. Ihr könnt direkt neben der großen Gerichtslinde in den Pyreine-Tempel, in den Travia-Tempel einziehen, der euch dann als Gastwirtschaft dient und dort dann eben gemeinsam mit Herbo Ranfil und einigen anderen Bewohnern von Hallingen dann sitzen. Burgold, der Bäcker, Mittelfeld-Storko, wie er genannt wird, der für die Falken von Rommelisch spielt. Er ist wohl anwesend. Allesamt hören sie sich die Geschichten von euch an. Andere, die noch dazukommen, gerade wenn ihr dann von, ja, nicht nur den Goblins erzählt, sondern dann auch von dem Kampf, wie, ja, Baron Travigor episch wie ein Drachentöter dann den Drachen gerichtet hat und die anderen daneben standen. Ja, meine Freunde waren natürlich auch beteiligt. Also ich war das nicht ganz alleine, muss ich bei meiner Bescheidenheit gestehen. Ja, neben euch an dem Tisch hat sich noch ein weiterer Baron gesetzt, beziehungsweise ein ehemaliger Baron, Raya dann von Bregelsam Rosenbusch. Travigor hat er schon eben kennengelernt und weiß, dass er seine Baronie abgetreten hat, weil er Raya, die Kaiserin, verklagt hat, eine Klageschrift eingereicht, weil sie Verfehlungen in der Wildermarkt begangen hat. Und bevor er seines Baronstitels entmächtigt wird, hat er die Baronie abgetreten. Baronie Rosenbusch. So sitzt er dann daneben und, ja, gibt euch ebenso ein Wein aus. Auch wenn ihr bestialisch egelhaft stinkt, irgendwie so einen Tatzelwurm, aber, ja, dafür ist später noch Zeit. Ja, also obwohl ich seine Taten nicht gutheißen kann, würde ich ihn natürlich den anderen vorstellen als ehemaligen Adeligen, oder als ehemaligen Baron. Ah. Das ist der einstige Baron, Raya dann von Bregelsam Rosenbusch. Ich habe ihn kennengelernt, als wir hier angekommen sind. Hoch erfreut. Ebenso. Sehr erfreut. Was gibt es Neues aus Gare zu berichten? Sagt an. Nun, vieles, dieses und jenes. Die Abgabenordnung für die Marktstände wurde angepasst, entsprechend des Kaiserlichen Dekretes Nummer 13, 51. Außerdem, ja, die Banden in Gare halten sich gegenwärtig sehr bedeckt. Es steht bald ein großes Spiel an. Weiß nicht. Oh ja. Ein Imran-Spiel oder was? Aber ja, ich glaube, Totschlag-Torien gegen Rot-Weiß-Märwett. Heißt nicht immer noch Totschlag-Torien? Also das ist doch wirklich... Ja, ja. Die Rote. Ich habe ja ein beträchtliches Sümmchen auf Rot-Weiß-Märwett gesetzt. Wir sind einfach die besseren Spieler, aber... Wo wir dabei sind, also ich weiß, das ist wahrscheinlich eine Weile hin, aber ich habe auch vor, für unsere Baronie eine Art Iman-Mannschaft aufzustellen. Ich glaube, das ist gut für den Zusammenhalt der Soldaten. Oh ja. Das ist ein spannendes Spiel. Eine gute Idee, Herr Baron. Eine gute Idee. Ich konnte diesem Spiel bisher nichts abgewinnen. Worum geht das eigentlich genau? Wie wäre es mit... Dergelsmunder Erpel oder so? Nein, nein. Als Team-Name. Nein, das ist doch etwas... Wir müssen etwas Klangvolleres finden. Was... Totschlag-Torien ist eine... Nein, also mit Totschlag oder so, da will ich nichts am Hut haben. Oder die Ferdocker Frettchen. Alles immer die gleichen Anfangsbuchstaben. Das geht doch immer an, ja. Ich bin euer Hammer. Immer noch nicht gut. Ich spiele für die Falken. Ah, Rommel ist nicht da. Ja, ja. Die haben zwei Mannschaften. Riesiges, immer ein Stadion. Aber wir spielen für die Bregelsaums. Und die anderen spielen für die Rabensmond. Er spuckt dabei auf den Tisch um aus. Ich hasse die Rabenmunder. Ja, ich habe so. So sollte man das jetzt wohl nicht sagen. Die Rabensmunder sind ein... ein Haus mit vielem Einfluss. Und nun, sie sind Teil des heiligen Paares in Rommelis. Also, hassen ist schon ein starkes Wort. Findet ihr nicht auch? Ja, Raya dann nickt so ein bisschen. Das mag richtig sein, dass sie einflussreich sind. Aber ihr Ruhm ist längst verbrechen. Und neben den Bregelsaums können sie wohl sicher nicht bestehen. Nun, manche sagen so, andere sagen so. Aber das ist jetzt doch nicht so wichtig. Jedenfalls haben wir gerade über Iman geredet. Und wir haben uns überlegt, wie man einen guten Namen für ein Iman-Team konzipiert. Ihr seid richtige Helden, ne? Ja, ja. Ey, warte, ich mache euch mal einen Cockball fertig. Den unterschreibe ich euch dann. Oder könnt ihr mir meinen Cockball unterschreiben? Wir tauschen die einfach aus. Was haltet ihr davon? Das ist eine hervorragende... Ich habe immer einen dabei. Moment, ja. Er holt mir einen großen Cockball und legt den vor sich auf den Tisch. Oder schreibt dann sein und gibt ihn dann weiter. Mir kann aber überhaupt nicht schreiben. Du kannst auch deine blutige Hand oder so da reintun. Das ist auch okay. Hey Mann, viele, viele, die Iman spielen, können nicht schreiben. Und sprechen auch nicht, weil denen die Zähne fehlen. Ja, dem sage ich auch immer. Kinder gehören auf den Acker oder aufs Schiff. Bildung bremst doch nur. Sag mir einen, der es zu was gebracht hat, der gebildet war. Ich zeige auf Chau und auf Geron. Ach, ja, ja, nur weil die zaubern können. Nur weil die zaubern können. Aber mir, er zeigt sich auf die Brust, mir ist ein echtes Travia-Wunder. Ja, genau, ich auch. Denn hat der Effort-Gewaite nebendran, hat er es nämlich bestätigt neben uns zu Hause. Ja, Mittelfeld-Storko spuckt wieder auf den Tisch. Ja, ich bin auch ein Wunder. Ich brauche keine Bildung. Mein Vater war auf Handelsfahrt. Zwei Jahre. Und dann ist er nach Hause gekommen und ich, der rame Bursche, saß da. Und der Effort-Gewaite, der nebendran gewohnt hat, neben meiner Mutter, der manchmal auf sie aufgepasst hat, wenn sie traurig war, dass Papa nicht da war, der hat bestätigt, dass es ein echtes Travia-Wunder war. Ja. So bin ich entstanden. Ja, du bist ein Bücher, oder? Du bist ein Bücher. Der will ich so. Wenn du fertig bist mit Drachentöten, dann komm mal nach Romales, ich stelle dich den anderen Leuten vor, dann spielst du mit uns immer an. Kannst bestimmt richtig gut zuhauen mit deinem Streitkolben. Dem kann ich. Hey, sehr gut. Aber ich habe keine Ahnung, was ich da machen muss. Einfach mit dem Schläger die anderen nicht totbrögeln, aber die Zähne aufschlagen, das ist okay. Ihr spielt da so nach Torwaller-Regeln. Naja, irgendwann rufen die Schiedsrichter Stopp, dann musst du auch Stopp machen. Aber ansonsten, wir haben noch drei andere Leute, die kümmern sich um den Ball, aber davon verstehe ich nichts. Midas, ihr seid gebildet. Erklärt mir mal, was ihr mal ist. Oh, es ist eine interessante und sehr kurzweilige Sportart, bei dem ein Ball versucht wird, mit ein paar Schlägern über ein Feld von der einen Seite in die andere Seite zu buxieren. Und wenn dies gelingt und auf einen kleinen Kasten geschossen wird, diesen nennt man Tor, dann erhält das Team, welches dieses Tor geholt hat, einen Punkt. Es müsste doch eigentlich auch in euren Landen bekannt sein. Ich habe mich damit nie auseinandergesetzt. Vor allem mich irritiert gerade der Gedanke, dass es hier ums Prügeln anscheinend geht, wenn doch eigentlich nur ein Ball rüber transportiert werden soll. Ach nee, also es geht um Zusammenhalt, es geht um Mannschaftsgeist, es geht um Freundschaft. Das ist das, was immer ein Spiel auszeichnet. Herr Storko, gibt es nicht, was ist denn die Mannschaft, die sich auszeichnet dadurch, keine Fouls zu machen, immer fair zu spielen, immer freundlich zu den Gegnern zu sein? Die Falken sind die Besten, das weiß jeder. Wir haben schon so viele Pokale dahin gewollt. Das ist vollkommener Quatsch, Rot-Weiß-Mehrwett. Also, ich bitte euch. Worauf ich eigentlich hinausging, die gibt es wahrscheinlich noch nicht und da kommen wir ins Spiel. Nun, verzeiht, Herr Baron, ich war von eurem Ruf dann doch sehr angetan. Also ich hörte, dass ihr ein Helden-Baron seid und zahlreiche Helden an eurer Seite führt. Und dass ihr aufgebrochen seid, gemeinsam mit der anderen Gruppe vor einem Tag, diesem Kasim, diesem Perjin, wie auch immer sie sich nannten. Aber wenn ich jetzt höre, dass ihr gegen einen kleinen Tatzelwurm strittet, der kein Fleisch mehr besaß und nun nach Hause kommt, euch Drachen, Töter und Helden nennt, dann bin ich doch etwas von eurem Rufe irritiert. Ist das immer so? Nun sprecht ihr über immer ein Jahr. Das ist dann das, was ein Held an einem zünftigen Lagerfeuer oder in einer Taverne tut? Äh, ja, ähm, ich kann nicht ganz auffassen, in welche Richtung, äh, was ihr damit sagen wollt. Ja, wir haben einen, wir haben einen Drachen besiegt und, äh, ja. Eine Tatzelwurm, das sind keine Drachen. Nun, ihr seht vielleicht die anderen gefallenen Ritter, die meine Landsleute sind waren, beziehungsweise die von meinem Lehnzehr, dem Burggrafen von Bregelsaum. Aber, nun, ihr habt einen Drachen getötet, wir derweil, als Verena von Mersing angriff, äh, sicherlich mehr als 20. Daher kann ich euren, äh, Ruhm nicht ganz nachvollziehen, beziehungsweise diesen, ähm, ähm, das, was ihr euch hier jetzt gerade erarbeitet. Ihr, ihr wart dabei? Ich war dabei in der Schlacht von, von Mersing, die erste, ja. Dies ist Absicht unsererseits. Wir überhöhen unsere Geschehnisse, damit die Leute jemanden zum Aufblicken haben und Hoffnung fassen. Dass es aufwärts mit ihrer Region geht, um ihnen Mut zu bringen, hier zu bleiben und nicht gar noch das Weite zu suchen, irgendwo hin, wo es vermeintlich sicherer für sie ist. Die Tür springt auf, knallt gegen die Wand und ihr könnt sehen, wie eine ziemlich, äh, verregnete, unterschöpfte Wache, einer der Waffentreuen, äh, von, von Wolfhelm in der Tür steht. Und, äh, sie sind überall! Wir müssen, sie sind um das Dorf rum! Lauft! Lauft! Evakuiert! Alle in die Trutzburg! Ja, der, die Wache, Eirik, äh, lasst euch dann auch einfach stehen, die Tür ist immer noch sperrgelweit offen, äh, er, äh, schält so ein bisschen, so eine kleine, äh, Klingel, die er dann bei sich hat. Wurft dann durchs Dorf und Torte! Evakuiert! Alle in die Trutzburg! Das könnt ihr auch dann, äh, als ihr sehen, äh, ihr könnt sehen, wie ihr dann, äh, wenn ihr nach draußen tretet, ähm, alles ist dunkel, es ist verregnet, schwarz, aber ihr könnt da schon stöhnen hören. Ich habe, ich bin immer ohne Sicht, ähm, kann ich einmal auf Sinnes schärfe Sicht würfeln, um zu gucken, wie weit die noch entfernt sind? Kannst du tun. Travigor, du übernimmst die Führung, ich bleib direkt hinter dir. Äh, wir müssen erstmal die Dorfbewohner, äh, evakuieren. Äh, ich würde mir schnappen, was ich, äh, finde, um Lärm zu machen, sei es ein Topf oder eine Pfanne, und würde, äh, es dem Glockenspieler gleich machen und die Dorfbewohner alarmieren. Ja, Herbo Ranfil, ähm, ungefähr, ihr wisst nicht genau, wie alt der Herbo ist, er war schon immer alt, so 70 oder so, wird dann auch auf alle Fälle langsam aus dem, äh, aus dem, äh, aus der Taverne dann raushumpeln. Die anderen stürmen dann ebenso nach draußen, je nach Alter, je nach Konstitution, und dann auch den, den dicken Burgoyler kennen, der da ebenso, äh, das Herbo Ranfil gleich tut. Und, äh, Mittelfeld Storko macht sich so ein bisschen Platz mit seinen Ellenbogen und drängt auch die alten Leute beiseite, damit er dann als erstes oben in der Trutzburg ist. Er kann am schnellsten rennen. Miros, äh, sie sind doch nicht in Hallingen, aber, ähm, die Palisade können sie sicherlich ohne Probleme überwinden, ähm, also, du würdest sagen, nicht mehr als 100 Schritt. Es sind viele, es sind wirklich viele. Ja, dann, äh, rufe ich das meinen Mithelden zu. Äh, Leute, es sind viele, wirklich viele, knapp 100 Schritt entfernt, wir sollten uns wirklich erstmal zurückziehen. Wir müssen uns beeilen, ab in die Trutzburg. Aus dem Regen, aus dem Regen, aus der Nacht, könnt ihr auch weitere Waffentreue erkennen, das sind dann wohl irgendwie Leute, die die Palisade dann auch kurz verriegelt hatten. Lauf, das sind so viele, sie können klattern! Zieht ruhig zurück! In die Trutzburg! Sind irgendwo Kinder, dann würde ich mir vielleicht eins packen und das nebenher ziehen und wenn ich merke, dass es nicht klappt, dann unter eine Armklemmen irgendwie versuchen, da zu helfen. Da helfe ich eher dem Wirt, der gerade nicht mehr gehen kann. Ja, äh, genau, also ihr könnt, ihr könnt Herbo Ranfell helfen, ihr könnt hier und dem Bäcker Burgroll helfen, der, wie gesagt, fettleibig ist. Und, ja, alte Kinder könnt ihr auf alle Fälle dann als Helden, die ihr dann seid, versuchen, so ein bisschen zu unterstützen, könnt dann das Ganze zu organisieren. Würfelt gerne mal auf Kriegskunst, wenn ihr mögt, um das Ganze dann, oder, ja, doch Kriegskunst, Logistik, würde ich sagen, vielleicht auch Hauswirtschaft, na, Hauswirtschaft, ihr könnt euch ja noch Proben vorschlagen. Kann ich auch Gassenwissen würfeln, Ortseinschätzung, um einen guten Weg zu finden durch die Gassen, um möglichst viele Leute mitzunehmen? Äh, Gassenwissen ja, Ortseinschätzung auch, ähm, also Gassen, es gibt hier zumindest noch nicht so viele Gassen, aber, ähm, die Trutzburg hat das noch nicht so von, von wirklich nahem gesehen, wenn ihr dann aber den Berghoche trennt, äh, zu den, äh, zu Trutzburg, die, die ganzen, ähm, ähm, Tore sind dann doch schon weit geöffnet, äh, könnt dann auch sehen, wie einige Wachen euch dann auch reinwinken, viele Lampen und Lichter, die jetzt im, im Inneren der Burg angezündet werden, und, äh, weitere Rufe, weitere Hörner, die sie, die jetzt gegeben werden. Ich würde die Leute eher beruhigen versuchen, trotzdem, in der Panik, mit Heilkunde Seele als Option. Oh, ja, kannst du auch machen. Äh, du siehst, wie, wie, wie eine Wachperson vom Tor, äh, auf dich zugerannt kommt, äh, dich schüttelt, packt dich so ein bisschen am Kragen. Lauf, Junge, lauf! Ganz ruhig, wir schaffen das alle. Hast du gesehen, wie viele das sind? Hunderte! Ja, und die Trutzburg ist gut befestigt, wir werden das schaffen. Sie können glättern! Er lässt sich los und rennt weiter. Ja, derweil, äh, ihr könnt versuchen, das Ganze so ein bisschen zu organisieren, äh, so Ketten bilden, äh, die, die Schwächsten noch irgendwie zu beschützen, einzureihen, damit die dann nicht fallen, gerade wenn die Alten oder die Kinder hinfallen, werden sie natürlich unglaublich schnell, äh, totgetreten. Der Weg zu Trutzburg ist gar nicht so weit, liegt natürlich so ein bisschen im Schatten des Dorfes, oder das Dorf eben im Schatten der Trutzburg, und ihr könnt dann, äh, über die, äh, Hügel, über die, äh, über die kleine Bergkette dann, äh, nach oben ins Innere gelangen. Hinter euch, ihr würdet sagen, 100 Dorfbewohner, im Inneren der Trutzburg soll es noch weitere 400 geben, sie so ein bisschen aufgeteilt sind, so ganz grob, also es gibt eine ganze Menge Kinder, es gibt eine ganze Menge Alte, und allesamt lassen sie jetzt ihr gesamtes Hab und Gut, äh, zurück. Martha, Müjo, du könntest überall Schätze mitnehmen, noch und nöcher. Und, äh, dann seid ihr im Inneren. Wir sollten die Schatzkammer sichern. Wir sollten die Leute sichern. Wir sollten die doch für Wohner sichern, genau, äh, äh, lasst sie alle rein. Davor gehe ich hier, äh, nicht, äh, in die Burg, äh, in den sicheren Schutz. Benobel, Baron, aber, ihr müsst ein leuchtendes Beispiel für alle anderen sein. Bitte tretet ein. Stellt euch oben vielleicht auf eine der Mauern, dass ihr gesehen werdet und die herbeiwinkt. Richtig, wie ihr die Burg verteidigt, das wird den Leuten Mut machen, denn verteidigt zu werden von einem Helden eurer Statur und dann, äh, also gut. Äh, ich, äh, ich würde dann tatsächlich auf die Wehrmauer oder auf den Turm gehen oder so. Mich, äh, gut sichtbar hinstellen, noch, ähm, mit der Pfanne wedeln, die ich wahrscheinlich immer noch in der Wand, äh, in der Hand habe und, äh, äh, die Dorfbewohner erkenntlich machen. Hier sind sie in Sicherheit. Ja, ihr könnt dabei zusehen, wie das ganze Dorf nach und nach evakuiert wird. Ihr wart noch mit einer der letzten Helden, wie ihr seid, habt ihr dann mit evakuiert. Travigor steigt auf die Zinn, kann nochmal nachgucken. Und dann eilt, äh, äh, der letzte verbliebene Soldat durch das Tor und die schweren Mauern werden verschlossen. Du kannst in der Dunkelheit, im Regen, im Matsch, äh, sie vor allem erst einmal hören, durch ihr Stöhnen, durch das Platschen. Und sie sind tatsächlich erst einmal am Dorf, eine ganze Menge, du kannst sie wimmeln sehen, hören, und dann kannst du auch das Kratzen am Fels spüren, hören, und sehen, wie sie dann mit ihren langen Klauen wohl die Bergspitze nach oben steigen. Ich würde mal einen der wachhabenden Soldaten ansprechen. Herr Soldat, habt ihr Brandöl? Brandöl? Ähm, wahrscheinlich in der Kaserne, das muss ich, das muss ich Atzo von Bregelsam fragen. Bleibt hier, ähm, zieht euch zurück in den Handelshof hier, äh, oder in die Spiele. Ähm, die Mauern sind sicher und stark. Wir, wir sitzen das aus. Bis zum Morgen, Rauen. Wollen wir wirklich die komplette Burg versuchen zu halten? Wir sollten uns vielleicht in einen Teil komplett zurückziehen. Das ist eine Trotzburg, mein Herr. Sie klettern gerade die Felswände hoch. Aus was bestehen Mauern? Irgendwann werden sie auch die Mauern hochkommen. Äh, stimmt, sie klettern wahrscheinlich, äh, tatsächlich hoch. Wo, wo müssen wir uns hinstellen, um die ersten abzufangen? Ihr kennt doch die Burg. Guter Mann. Was, äh, stellt euch auf die, auf die Mauer, auf die Zen. Er kriegt gerade so ein bisschen sichtbar Panik, äh, während, während Geron hier versucht, mit Logik zu argumentieren, das Suche versorgt einfach nur für Panik, und er läuft weg. Kommt mit mir. Ich führe euch zu einem Punkt, von dem ihr formidable kämpfen könnt. Wir brauchen Brand, äh. Ich werde die Leute nicht in den Stich lassen, wie das. Was, was ist, wenn wir uns in den weiteren Teil der Burg zurückziehen? In die Schatzkammer? Nein, in den größten Teil. Baron, ihr werdet sie nicht in den Stich lassen. Na, so gut, ich vertraue euch, aber wir müssen sie schützen. Baron, win oder her? Natürlich. Ich würde, da ich ja die Ortseinschätzung schon gewürfelt habe, den Baron gerne an eine Stelle führen, in die man leicht in den nächsten Ring kommt, aber von der er trotzdem das Gefühl hat, hier was, ähm, tun zu können. Also, wo er sich trotzdem, ähm, ja, fühlt, als würde er die Untoten gut bekämpfen können. Ja. Ich habe gerne ein Auge darauf, dass ich ihn leicht evakuieren kann in den nächsten Ring, wenn es notwendig sein sollte. Ähm, also diesen Ort wirst du hier nicht finden. Es gibt, wie gesagt, die Schmiede, es gibt auch den Handelshof, und es gibt die Mauern, aber die erfüllen nicht alle Optionen, die du eben gerne hättest für den Maronen. Während das laufen, wie gesagt, weitere Waffentreue entweder auf die Mauern oder aber in den nächsten Ring. Also hier haben wir dann den Toren vorbei, die noch geöffnet sind und, äh, dann, ähm, laufen sie weiter wohl in Richtung der Kaserne. Ähm, hier wird klar, dieser Ort ist nicht gut zu verteidigen. Er ist gerade von den Mauern gut einsehbar für die Gule und wenn sie euch erspüren, dann habt ihr ein gewaltiges Problem in diesem unteren Ring. Achso, Magiekunde-Probe könnt ihr gerne mal würfeln. Äh, Spezialisierung und Tote würde zählen. Kann ich leider nicht anbieten, aber Magiekunde kann ich anbieten. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, es geht so ganz. Dementsrire Vielen Dank.